Ist ein Kurs in der VHS-Cloud angelegt und mit KUFA verbunden, können die Teilnehmenden über KUFA direkt zum Kurs hinzugefügt werden. Dazu den Kurs in KUFA aufrufen und auf den Reiter E-Learning wechseln. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Belegungen aktualisieren, werden alle Teilnehmenden dem Kursraum in der VHS-Cloud hinzugefügt. Voraussetzung ist jedoch, dass die Teilnehmenden bereits in der eigenen Volkshochschule für die VHS-Cloud freigeschaltet wurden. Wie das funktioniert, entnimmst du bitte dem jeweiligen Video. Die Meldung über die erfolgreiche Übergabe an den VHS-Cloud-Kurs kann wie üblich mit einem Klick auf OK geschlossen werden. Die Teilnehmenden erhalten hierüber eine E-Mail. Auf dem gleichen Weg kann der Kurs nach und nach mit Teilnehmenden befüllt werden. Für die Kurs甜 Vielen Dank.